Ich mach mal hier mal der Pepsi auf, Alter. Hat man gar nicht gehört. Nee, gell? Es gibt natürlich noch andere leckere Limonaden, wie zum Beispiel Cola oder Fritz-Cola. Genau. Alter, hast du mal Fritz-Cola getrunken? Ja, logisch. Schmeckt voll geil. Ja, muss ich halt dran gewöhnen. Wenn man halt immer Cola getrunken hat, dann ist es halt anders, ne? Findest du? Ja, schon. Alter, wie das Rauscht bitte gerade, ist ja echt abnormal. Echt? Ja. Gut, das sind Rauschen, die ganze Musik übertönt. Ist doch schön. Ist eigentlich toll für den Zuschauer, ist es eigentlich echt perfekt, ne? Komm. So. Ja. Gut. Gut. Er ist so. Es muss unbedingt in TS Skype, äh, Netzkreis. TS. TS machen, ja. Na, ging halt. Wie gesagt, ich hab keine Ahnung, ob es sich ging. er hat eine Mutter ist er weiß ich habe angemeldet danach behalten Euro wenn auch noch was soll ich denn da sagen du sollst Euro zu sagen aber nur hallo mehr brauchst du machen es sehr quicken stimmte diese Sprecherstimme Euro Euro oder Euro er hat die ganze Zeit Euro also das ist wissen aber was I wish you a Merry Christmas Christenstern genau genau das hast du gerade gesagt das weißt du aber nicht da hast du recht stimmt so ach Mama ach was kann die denn schon wieder dafür ich kann alles dafür nein doch Samy ich sehe das nicht so nein ist einfach so Samy du siehst das zu nein ich sehe es richtig hypothetisch analytisch nein doch du hast eine verkorkste Weltansicht nein ganz einfach und ausgeglichen Samy ja nein nein so äh ich weiß nicht wie ich weiter bauen soll äh gar nicht sieht mir scheiße aus ist echt so so ich weiß das ist kacke jetzt jetzt sieht's doch ja ok geht in Ordnung nee zeig mal ja es sieht aus wie diese Blockhäuser die ich hier mache geht doch vollkommen in Ordnung das sieht total hübsch aus eigentlich schon ne ja ne also mal ja also fast mit ernst fast mit ernst was denn nix wer sagt denn was dagegen so mhm ach mama ey oh ich bin müde ich vielleicht kann deine Mutter auch ja ja die ist schon oben ja willst du nochmal besuchen kommen ach nee du ist ja dir zu schlecht ja 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 verstehe kenn ich ja ist echt so was lachst du denn da weiß nicht ja ja sagst du jetzt ich hab ich hab ja tut mir leid ich hab mir den Witz erzählt und den kannte ich halt noch nicht mhm da muss ich eben lachen nein nein also die hypothetische Quadratwürzel erlaubt mir das aber nein nein die hat das zu mir gesagt nein man sie hat das mir sogar befohlen nein nein wir sind da ja finde ich gut ne ich nicht nein das ist scheiße ist eigentlich nicht so das geht sogar in Ordnung durch das den Bauch ne ne unten hattest du schon gerne so ne Kabelstein nein die sind richtig geile weißt du verstehst du was ich meine ja toll super finde ich toll so guckst du es dir gerade an oder was ne aber ich guck es mir jetzt an aber es sieht nur noch gleich scheiße aus wie gerade eben und die noch schützt mehr machen noch schützt mehr ich hab mal mehreren die es schon mal als die Idee ach der Kuss Pender er war nach Haus das der meinte Grundschung zählen als Marker bis zum bringen das erbringen ist Ach so, ja, dann brauchst du es mir nicht bringen. Ach, geil. Erstmal verbauen. Das liebe ich ja. Ich liebe das auch voll. Das ist eigentlich schon gechillt. Verbauen ist aber immer schön. Da siehst du die Lebenserfahrungen. Ja, ist einfach echt so, ne? Und Samy, wenn du lustig bist, kannst du mir auch und gleich noch das Ding mitbringen. Alter, du hast doch selber, Junge. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Bin mit Baum beschäftigt. Ja, ich bin nett. Ich überhaupt nicht. Ach, was gerade im Rathaus noch klar. Mein wunderschönes Rathaus. Das wäre doch echt wohl auch. Klar. So. Tut mir leid, ich muss gerade selber lachen über das, was ich gerade gemacht habe. Wir müssen einfach die Baukünste machen. Ist einfach echt so, ne? Ist einfach echt so. Okay, lass Niki noch ein bisschen mehr ausnutzen, oder? Noch ein bisschen, bis sonst so ein Job gebaut hat. Äh, nee. Meinst du nicht? Na, ein paar Kanten da da. Ja, vor die Tür setzen. Ich würde sagen, wir geben ihn als Adoptionsfreier. Adoptionsfrei, ja. Adoptionsfrei? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Erzähl ruhig. Erzähl, erzähl. Ja, sag. Sag. Sag mir die Märchen der Klauselgeschichte. Märchenwurzelsaft. Was denn? Das ist lecker. Ich weiß. Bist du auch mal so gerne mit Märchenwurzelsaft? Ja. Jetzt, übrigens beim Edeka jetzt. Was ist beim Edeka? Märchenwurzelsaft. Märchenwurzelsaft. Lecker, ey. Oh. Mh. Mit Geschmacksverstärkern. Mann. Findest du nicht auch, dass Geschmacksverstärkern voll nötig sind? Find ich eigentlich auch. Nee, find ich eigentlich echt. Ich auch. Nee. Okay, also ich glaub, das ist das schönste Gebäude, was ich je in meinem Leben baut habe. Ich auch. Mach ich drauf, wie viel es am Ende aussieht, ey. Okay, also vergleich den am Ende. Überhin hatten wir beide Sinn. Welches soll den allen am schlimmsten aussieht, okay? Das habe ich schon gewonnen. Nee, das habe ich gewonnen. Ach, schön, du. Also, es wird auf jeden Fall das schönste Gebäude. Wanda, wenn ich dir was empfehlen darf zum Gucken, wenn ihr mal langweilig ist, okay? Okay. Guck dir Harveys neue Augen von Gronkh an. Was für Harveys? Was? Harveys neue Augen. Nein. Sag das dir was? Nein. Äh, man lacht sich jede Minute im Brett. Nein. Jede Minute. Nein. Man, wie Gronkh das spielt. So. Ja, erst mal den Stein auf die Kluge setzen. Ist nämlich logisch. Auch toll. Vor allem so logisch. Ja, schon. So. So. So, ich jetzt erst mal den Stein auf die Kluge setzen.